Soll ich dir ein bisschen nachhelfen. Alter, du bist so eine... Jetzt dreh ich dich auf. Jetzt dreh ich dich auf. Jetzt dreh ich richtig auf. Oh Gott, der Sprung ist aber... Kann ich noch woanders? Halt dein Maul, Dennis Bram, ey. Alter, fickt euch doch jetzt mal richtig... Scheißdreckigen Arsch rein. Lass mich doch mal die Selbstwert... Ich will einfach mal ohne nervige Trolle... Scheißdreck. Okay, du Schlechtes, du Bob. Auf Wiedersehen. Dennis, das hast du gerade auch gemacht, ja. So, jetzt hau rein, du Stück. Ja. Wo ist das denn schwer? Oder war das jetzt der schwierige Sprung? Oh, meine Tastatur schwitzt, ey. Ja, genau. Ja, ich bin auch daneben. Wie geil ist der Spruch mit meiner Tastatur? Die schwitzt. Ja, die ist voll schmerig jetzt. Da rutsch ich ab. Jetzt ist die schmerig? Alter, du bist so eine dumme... Dix Hure, ey. Das ist doch echt scheiße. Wieso spielst du denn hier hinterher? Ich kann nur nochmal rechnen. Boah, ey. Weißt du, da will man einmal normal hier eine Adventure-Map spielen. Ja, und dann... Alter, das... Die, ich komm nicht... Das sieht geil aus. Nein! Boah, ich das... Ohne Scheiß, die Webstadt, der Baum riecht mich doch jetzt schon wieder auf. Boah, Alter, meine Tastatur, die schwitzt. Nein! Boah! Boah, meine Tastatur, die schwitzt. Alter, meine Tastatur ist so klipschimäßig, ich war ohne Scheiß. Oh, Lala. Stau auf folgenden Strecken hier, oder was? Ey, jetzt vorbei, Hadi, wa? Das bedeutet Krieg! Ey, jetzt kommt Peter wieder auf mich, komm. Du bist so ein mieses... Peter hat mich geschlagen, den Krieg hab ich bis hier gehört. Oh, diesen... Drückscheiß, denn... Boah, dafür werd ich mich so retten, ey. Ja, Hadi, bist du runtergefallen? Peter, ey, du bist... Dass du jetzt auch damit anfängst, wa? Dat ist echt traurig. Echt traurig. Achso, dann ich mich auf dein Niveau herabgebe. Wieso mein Niveau? Ich hab bis jetzt noch nichts gemacht. Nein, überhaupt nicht. In keiner Map bisher. Hadi ist das Unschönslam von uns. Hier wird immer Unrecht getan. Jawoll, Nigga, jawoll. Oh, scheiße. Alter, du bist halt immer der diese... Freu mich jetzt aber voll hier. Ja, Nigga, ist nämlich auch voll das Freudenwort. Nein! Alter, der ist richtig übel, der Sprung ohne Scheiß. Du musst doch von ganz vorne wieder anfangen. Ja, Sigi. Sonst wär ich auch langweilig, oder was? Ja, Sigi. Na komm, Peter, zeig mal. Boah, Peter hat's geschafft. Boah, fick doch die... Nein! Boah! Ja, so übel kann das sein, ey. Boah, ich bin nicht richtig gesprintet. Alter. Echt? Hast du einen Guru-Sprung gemacht, oder was? Nee. Alter, fick doch die Henne, ey. Was ist das denn für ein schwuler Judenbaum? Entschuldigung. Ein schwuler Judenbaum! Direkt zwei arme, äh... Okay. Das mussten sie... Ey, das war jetzt einfach nur Frust. Ich habe natürlich nichts. Nein, das war ich nicht. Nein, das war ich nicht. Das war Dennis, der stand hinter mir. Das kann gar nicht. Ich bin viel zu schlecht, um so schnell da hochzukommen wie du. Ja, weil da steht nämlich Baum, der verstommen ist. Ja, nice. AAAAAH! Wie geht's mittlerweile rumschreien? Alter, dieser Baum macht mich einfach nur fertig. Ey, ich möchte behaupten, dass dieser Baum... Diese... Aus der letzten... Aus der letzten Map ist das komische an die Leitung... Ach, nö. Ja, ich glaube auch. Alter, verpiss dich mal, Bram, ey! Alter, willst du mich verarschen? Verkackter Homo-Mongo, ey! Jetzt haben wir ja echt fast alle durch. Alter! Huuh! Und schnell weg hier! Auf der Ha... Jagd nach Hanoi! Oh Gott! Du verkackter Mongo, geh mir nicht auf die Nüsse, ey! Boah! Nein, ich schaff' nicht mehr bei den ersten Stufen! Ja, da wird direkt mal der Sammer hochgezogen. Geil, oh mein Gott. Was ist das denn für'n schwulen Baum, ey? Boah, kannst du mal aufhören mit deiner Homophobie und alles! Willst du dich verarschen?! Ey, du Miesam! Wie darf man denn heutzutage noch politisch korrekt beleidigen? Haha, das stimmt. Ja, Miesamongo geht klar. Miesamongo! Fick dich, Bram! Okay, jetzt reicht's. Okay, jetzt hab' ich dir den Krieg erklärt. Warum, Miesamongo geht klar? Ich kann nie verspringen! Das ist aber schwierig jetzt. Niemals, nie. Tu's jetzt! Nein, ich will nicht! Das ist so eine Pusche! Du kannst dir an mir vorbeispringen. Du sollst Peter schlagen! Ja, dann schlag Peter! Ah, ich schlag! Willst du mich verarschen, Peter? Das war jetzt präventiv! Willst du mich verarschen? Dir vertraue ich auch nicht? Weißt du, du mir vertraust auch nicht? Moment, dann muss ich wieder zurück. Okay, alles klar. Nein, ich hab' dem Gesicht abgefuckt. Du hast grad gesagt, soll ich Peter schlagen! Ah! Tatsächlich, wo ich das jetzt gemacht habe! Alter! Dann nimm doch einfach ein bisschen von dem Helium in deinem Kopf! Wie die lachen dabei! Fuck! Lol! Was ist das denn für ein schwuler Homo-Baum? Schwuler Homo-Baum? Ja, damit ist halt wieder ein Hetero-Baum und damit habe ich niemanden politisch beleidigt. Naja, weil es Minus macht Plus. Ja, so ungefähr. Und warum? Das war jetzt aber politisch nicht korrekt. Warum sagst du denn, Homo Minus ist? Homo könnte ja auch Plus sein. Ja, aber Plus, Plus, Plus macht nicht Minus draus. So. Ja, aber Plus und Plus macht auch Plus. Alter, okay, jetzt muss ich mich kommen. Ja, aber du hast doch gerade gesagt, aus Homo wird Hitlero. Was? Aus Homo wird Hitler? Ich hab's gehört, Hitler war Homo. Hitler hatte nur ein Ei. Das rechte, denn das linke ging vorher beflöten. Das ist halt ein super YouTube-Video. Ja, ich kann halt eine, ja. Ja. Nein! Jetzt kann ich nicht springen. Warum macht Hitler mit seinem Hetzel? Adi, bist du wieder da? Ja. Hört man nicht? Ja. Ich dachte, ich hätte so geschrottert. Aber es geht mir jetzt wieder gut, weißt du? Ich glaube, meine, die ältere... Nein! Nein! Oh, man ruft mich gerade an. Ja, das ist die Polizei. Oh mein Abgang hier. Weißt du, wer hat denn bitte an so Stellen aus Wüchse? Wie so ein... Weiß nicht. Wie so ein... Wie so ein sechsarmiger, achtarmiger Kraker. Was denn? Boah, fick doch die Hände an Nussanus, ey. Du bist alles. Du bist alles. Boah, ich bin scheuer. Du bist so langsamer, als ich habe dich gaga. Ist gaga, ist gaga-lich. Alter, der Baum macht dich aber auch echt wahnsinnig, ey. Das ist so eine verkackte Scheiße. Voll agro. Boah, Peter, dein Arsch ist gerade so geil, weil ich würde da jetzt gerne mal in der Faust drinstecken. Nein! LOL! Das, das war ich nicht. Ja, ich weiß. Das war ich nicht. Das war ich nicht. LOL! Nein! Du bist so ein... dummes Stück Scheiße, Kram. Wie du schon sagst, du bist auf jeden Fall das Unschutzlamm. Ich hab gedacht, dass du ein dummes Stück Scheiße bist. Ja, aber was war hin? Alter! Ja, okay. Alter! Du bist so ein... dummes, kleines, abgefucktes, behindertes Mop-Kinder. Alter! Geh ab... Ja! 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 Ja, komm, da muss ich mir jetzt angucken, wie Dennis fehlt. Ja. Ich glaube, er hat sich gemuted. Ich glaube, er macht gerade irgendwas kaputt. Bin wieder da. Jetzt fick ich eure Omas. Richtig in ihre faltigen Ärsche rein. Du bist so ein armartiges Stück. Warte, ich freue mich. Boah, Scheiße. Ja, der nächste Sprung ist doch super easy. Siehste doch. Ja, ich bin drauf. Ich bin drauf. Boah, ich bin voll drauf, Junge. Alter, der nächste Sprung ist mal... Haha, die Viewer beleidigen. Ich beleidige die Viewer nicht. Wenn das Opfer sind, die sich die Baustein angucken, wenn er mal einen Scherz... Ja. 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 Haha. 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 Dr. Bram schnippt gerade, ey. Ich schick mal in der Trankwagen. Hahaha. Der ist wieder raus. Hahaha. Voll dieser Baum, ey. Die kosten einen Supplen, Alter. Wie viele Schimpförder verboten sind, wenn wir jetzt schon wieder hier von uns gegeben haben. Aber ich auch schon. Der ist jetzt easy. Und den Sprung habe ich verkackt. Okay. Das schaffst du bis am weitesten. Okay. Und danach bist du quasi durch. Hadi mach das jetzt. Das ist nur noch der Sprung, Hadi. Hadi mach das jetzt. Nice. Nein. Aber jetzt springt er nicht um die Ecke und fall runter. Hahaha. Hahaha. Das war der mega Pimmelsprung. Hahaha. Ich will nicht mehr diese Fische. Hahaha. Hahaha. Weißt du, da machst du die Mega-Monster-Sprung und den letzten Pimmelsprung, den versauste. Scheiße. Scheiße. Ja. 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 Ja.